Ja, und damit auch herzlich willkommen zurück in unserem Forest, wie der Steini so gerne sagt. Ja, ich habe mir heute mal deine Begrüßung vorgenommen, einfach aus Spaß. Mit dabei ist der Minzkraut. Vielleicht. Du Schwein! Warte mal, ich muss kurz wiederholen. Warte, sorry. Ich habe nur noch einen, den fahre ich jetzt lieber nicht. Und einen etwas aggressiven Steini. Ja, ich bin heute voll getriggert. Ein wenig. Also für die nächsten sieben Folgen wisst ihr Bescheid. Die waren schwer krank. Ein wenig getriggert. Ja. Ich denke, ihr habt Fledermäuse von der Decke. Nee, kann gar nicht sagen, weil wir die alle abgeschüttet haben. Oh, sorry. Meine Taschen. Hey, ich will nicht. Oh, habe ich... Ah, ich habe die überholen. Und ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall heute mal unten zur geilen Rave-Party. Ja, guckt euch das mal an, Leute. Ich meine, das ist doch... Warte mal, wenn man mal die Taschenlampe ausmacht, dann ist das noch viel geiler, der Effekt einfach. Alter, in die Rave-Höhle. Oh, yeah. Voll im Hals wie... ...gibt's Geld. Was machst du jetzt? Stecke ich hier fest. Was soll das denn? Du musst dich ducken. Wo sind die hier überhaupt? In einer Höhle. Ja, aber hier waren wir doch garantiert schon. Ich habe keine Ahnung. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht rein und nicht raus. Geh mal ein Stück zurück, bitte. Ja, ich bin noch weg. Oh, ich sehe gerade... Da waren wir doch bestimmt schon, Alter. Kann mal bitte einer in die letzte Folge reingucken? Danke. Nein. Ach nee, ich habe sie ja noch nicht hochgeladen. Weil mein PC ja verschwienen musste. Ja, hier waren wir schon. Das erkenne ich an dieser Scheiße hier. Haben wir echt schon alles erkundet, was man erkunden kann? Hier drin schon, ja. An Obama, ey. Mich. Wir haben das ganze Spiel durch. Nein, haben wir nicht. Nein? Nein. Gehst du bitte voran? Danke. Hör, ich konnte gerade rausgucken. Sag ich nicht. Ich kann hier überall rausschauen. Mal weiter. Geht's hier runter? Was für ein Drecksloch. Da waren wir doch auch schon. Das sehe ich doch schon. Woran weiß ich nicht, aber da waren wir schon. Willst du da nicht mal runter? Hallo. Da kann man auch so runterspringen. Das überlebt man. Hier. Ja, das habe ich gerade gemacht. Hallo, Jungs. Tschüss, Jungs. Hui. Ah, ich bin... Aha. Ja, da waren wir doch schon. Hier unten liegt ein... Oh, Mann. Geil. Siehst du? Perfekt. Nicht ein bisschen Leben verloren. Siehst du, in das schön texturierte Wasser mit den Knochen gesprungen? Nee. Die Knochen, die fehlern. Da kannst du einfach direkt runter. Ja, ich bin also fast tot. Also, ich weiß nicht. Du kannst das nicht. Ja, ich bin... Ja, hier waren wir doch schon, Mann. Hui. Hast du gesehen? Bin ich mir fast sicher. Hey, ist ja nett mal was. Hey. Scheiße, scheiße, scheiße. Der Sound ist so laut. Ey, heute ist echt, also... Heute, wisst ihr, Leute. Das ist sein Tag. Bin gut drauf. Jetzt schreite ich das Spiel an, ne? Ja. Alles kommt im Leben zurück. Geh, geh doch mal weg. Scheiße. Komm, gehen wir jetzt raus. Hier waren wir doch eh schon. Halt, ich will den Stock haben. Ach, schade. Wenn wir eigentlich endlich mal dein Arsch blutet. Wö? Wollte ich dir nur mal so sagen. Kann gar nicht sein. Ja, doch. Ich hab... Ich hab'n Videobeweis genau da. Alkohol, das brauch' ich jetzt. Ja, alles erst mal mitnehmen. Halt. Hä? Hä? Was? Halt. Hä? Hier sind wir aber nicht. Hier. Ach doch. Ja, doch. Ja, doch. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also, ich möchte definitiv, dadurch, dass wir jetzt die Kletteraxt auch haben, würde ich gerne mal jetzt am liebsten hinten auf dem Berg klettern. Eventuell. Weil wir sind eigentlich die ganze Zeit nur auf dieser Inselseite und waren bisher eigentlich noch nie so wirklich drüben und haben da mal erkundet, weil, äh... Ja, auf, los. Hab ich vorher bisher auch noch nicht gemacht. Ja, ja! Ich würde mir gerne noch diese komischen... Ich möchte gerne meinen Zuschauern erklären, was ich vorhabe. Verstehst du, was ich meine? Ja, Klemmer, Klemmer. Ja, weil man kann ja, ich denke mal, mittlerweile auf den Berg klettern und das würde mich einfach mal... Alter, sag mal, was steht hier eigentlich immer an meinem Hintern? Ja, der blutet so schön. Warte, warte, ich guck mal nach. Nee, ich seh's nicht. Also, ich kann... Du bist wie so'n Drecksgröder, der seinen Schwanz fangen will. Schwanz! Schwanz! Was? Äh, Orientierung verloren. Da ist die Sonne, also müssen wir die... In die Richtung. Immer der Nase nach. Oder einfach in die Richtung, wo der scheißfette Berg ist! Vielleicht. Ich wollte es jetzt nicht so gesagt haben, weißt du? Vorsichtig bitte. Hallo, Steini, bitte bist du vorsichtig. Nein, ich kann das. Ich möchte nicht, dass du dich verletzt. Ich mach mir doch Sorgen. Äh, wie macht man nochmal diese Schneeschuhe? Hallo, hallo? Wie macht man nochmal die Schneeschuhe bitte? Ja, aber wie genau? Äh, ich hab aber nur vier. Wie viele brauche ich? Ich hab gar keine. Ich hab keine Ahnung, wie man die baut. Warte. Ja, aber du hast die doch an. Alter, immer auf mich zu schlagen, jetzt du Schwein. Du hast die aber an. Ja, keine Ahnung, wie man die baut. Warte, guck doch nach! Ja, wie soll ich dir nachgucken? Ja, ich bin zu blöd dafür. Ich steh dazu. Ich hab... Ich hab mir gerade mal schöne Jeezys gebaut, okay? Äh, fünf Stöcke und zwei. Eirobs. Okay, ja, das krieg ich hin. Warte. Ja, glaub ich nicht. Ich bin Pfadfinder. Ja, ja. Alter, ey. Fünf? Oh, ich muss mal wieder... Oh, heute war auch echt, ey. Scheiße. Hä? Scheißtag. Äh, nee, das war doch zu viel. Ich hab mir jetzt hier abschlachten, die ich ja, damit man die abschlachten kann. Cool. Genau so. Guck mal. Guck mal, hier hab ich jetzt auch voll die coolen Dinger hier. Tretas. Hm, willst du mal in den Kopf haben? Deine Jeezys sind eh nur fake. Ich hab grad mit dem Lizard-Kopf gestorben. Ja. Hase. Äh, tschau! Guck, äh. Ja, dann lass mal jetzt zu dem Drecksberg laufen. Ich war da eh auch noch nicht. Oh ja, ich nämlich auch noch nicht. Also doch, ich war in einer früheren Version schon mal da, aber da war das nicht so interessant. Man hat ein bisschen gefroren, aber mir auch nicht... Jetzt kommt, hier, ich schmeiß euch mal ein Steinchen, wenn ich jetzt irgendeinen anderen Kopf treffe und das bewusstlos, ich war's nicht. Ja. Am besten direkt so ein Fließverboten. Dann schlitz ich dir mit meinem Katana die Kehle auf und scheiß die in den Hals. Was? Alles klar. Ich meine, warum auch nicht? Ja, also irgendwie... Stein, die schließt du dich bitte an, wir machen eine Karawane. Lass'n Vogel... Jetzt mal einen Schluck Wasser nehmen. Ich trinke eine Aufnahme, und? Mir doch egal. Ha, genau. Hallo, Vöglein. Nein, flieg nicht weg. Ja, natürlich, er fliegt im Boden. Alles klar. Ich müsste jetzt eigentlich so, wenn die Flasche fast leer ist, die so richtig provokant, so richtig zusammendrücken, damit es richtig schön lautet. Alter, wie robust sind diese komischen... Versuch's mal auf den Kopf. Du hält. Ah. Habe ich jetzt automatisch den... Jetzt läuft die aber den Stein rein. Jetzt hat die ihren Kopf im Stein versenkt. Wie soll ich da jetzt... Nein, die hat sich zusammengekauert. Du musst warten. Du musst weggehen und warten. Nimmt man sich einen Speer. Ich will aber nicht warten. Was soll das denn? Wo finde ich denn den... Hä? Hä? Scheiße. Scheiße. Moment, das regeln wir jetzt. Guck mal, weißt du, wie du die... Ja, das selber wollte ich auch gerade machen. So. Jetzt zündet das Dreck hier einfach. Bringt einfach gar nichts. Jetzt ist er tot. Boah, da besteigt die Schildkröte richtig. Jetzt hätte er so einen schönen roten Lappen rausgeholt. Oh ja. Ich glaube, über die Szene gerade mache ich so einen rosanen Filter drüber. Ohne irgendeine richtig geile Musik. Da hat die Schildkröte richtig geritten, Alter. Da hast du richtig... Hart. Hart. Kann man das Fleisch eigentlich so roh essen? Das sieht so geil aus mit dem Berg. Äh, nee, du kannst es gar nicht essen, wenn das roh ist. Oh, scheiße. Ich meine, im äußersten Notfall würde ich aber auch, ne? Was? Ja. Entschuldigung. Das war jetzt dein Ernst, ja? Oh, eine Schildkröte! Ich will sie reiten. Hier. Die hat sich gerade dupliziert, was? Guck mal, ich reite. Ich reite auf einer Schildkröte. Nein! Lass sie! Boah. Ja, so sieht das... Jetzt habe ich aus einer Schildkröte zwei rote Lappen rausgeholt. Ja, Alter, noch eine. Ich muss mich mal kurz abwaschen. Hier ist alles voll davon. Ich habe so oft in die Leiche der Schildkröte reingeschmettert, dass ich voller Blut bin. Ja, heute ist echt krass. Ich weiß nicht, warum ich heute so getriggert bin. Äh, wo bleibt ihr eigentlich? Ich möchte diesen Berg sehen. Ja, ich fälle in den Baum. Ich esse gerade noch Schokoriegel. Hä? Mit welchem Grund willst du den denn jetzt schon wieder fällen, hä? Einfach so. Der steht mir im Weg. Und nein, ich kann... Ich kann auch nicht außenrum gehen. Es gibt keine Möglichkeit, an dem Baum vorbeizulaufen. Jetzt. Da der Weg... Da der Baum weg ist. Ich habe Hunger. Wann? Ist mir egal! Ist mir egal! Ich kann das scheiß Feuer nicht kaputt schlagen. Leck aber auch. Da ist noch ein bisschen Feuerholz hier. Hier, ich leg euch mal ein bisschen was zu essen drauf, Meti. Ich habe noch genug. Mach mal den Busch hier weg. Er hat gelebt. Es war einmal vor langer Zeit. Das Feuer kam aus deiner Hosentasche. Ich würde sagen, wir bleiben lieber heute Nacht hier. Das ist so gruselig. Was? Na, war doch frisch. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, ihr habt ja gerade ein paar Baumstämme gefällt, ne? Nein. So, hier. Jetzt geht wieder das große Holz sammeln los. Ne, ne, wir haben ja hier ein paar rumliegen. Warum einfach liegen lassen? Weißt du, dann können wir sie doch auch benutzen. Ne, das ist Quatsch. Einer fehlt noch. Ja. Ja, aber einen haben wir nicht mehr. Doch, klar hier unten. Ich schwatt' dich jetzt mit nem Stock ab. Ach da. Ein mehr! Wie viele Bäume habt ihr denn gefällt? Keine Ahnung, was der gemacht hat. Ja, ist doch okay jetzt. Stock in der Hand. Ja, komm, lass mal schlafen. Ich speichere erst. Nö. Mach ich jetzt. Ja, komm, lass mal schlafen. Nö. Ja, hier. So, los. Ah, schön. Ah. Werde diese Vögel. Meine Damen und Herren, das Niveau sinkt. Äh. Alter! Na, diese Kohlensäure. Obwohl, noch besser. Meine Damen und Herren, es sinkt für Sie das Niveau. Hm. Ich werde jetzt für alle Zeiten einfach nur einen Stock benutzen. Wie ist Ihnen die Ewigkeit um drei Tage? Warte mal, frech. Gebt auch ein Upgrade-Stick. Hallo, 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 hallo. So, tschüss, Jungs. Hallo, hallo, hallo. Hallo, was? Ich hab auch zu sehen, dass Walkie-Talkie geöffnet. Wollt dann einfach mal reden. Hier kann man hoch, Alter. Geil, hä? Nein, gehen alle wieder runter. Ja, weil du hackst in die Luft, das ist... Äh, ich weiß, ich bin total gut. Ja. Alter, das sieht hier schon total geil aus. Aber kann man das nicht eigentlich... Ah, siehst du... Halt! Reh! Oh, falsche Taste. Ich will immer Tab drücken. Warte, 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 warte. Nein, nicht, 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 nicht. Wir brauchen die Rehe. Weg, weg! Geh doch weg! Mit's Kraut, bitte! Ah! Ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich werfen. Ja, weil hier oben... Jetzt schön die Axt in den hinteren, hier. Weil hier unten... Wunderschön, wie das... Wunderschön, wie die Gräser hier aus dem Schnee rauslunzen. Ja, aber das ist total legitim. Ja, ja. Eine Pilze. Hey, wieso? Also, ich meine, ich... Also, ich verstehe ja, dass mir kalt ist. Ich verstehe aber nicht, warum ich jetzt auf einmal nass bin. Irgendwer hat gerade, dadurch, dass er mich irgendwie gehauen hat, mein schönes Rehfell von mir abgeklopft. Also, ich würde mir eigentlich echt noch wünschen, dass es hier so, äh... Urspuren im Schnee geben würde. Ey, ey. Öffnet es die ganze Zeit. Oh, ja. Geil. Mich friert ein wenig. Ja, du kannst, glaube ich, mittlerweile sogar erfrieren. Das Ding ist nur, ich weiß auch nicht, wie du warme Kleidung herstellen kannst. Hase. Ja. Sieht da Hase bei dir auch so hübsch aus. Also, damit auf jeden Fall nicht. Alles klar. Also, jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich doch Rehe. Er war bei mir gerade weiß. Oh. Hase. Also, der See müsste ja rein theoretisch eingefroren sein, ne? Ach, Quatsch. Woher dann? Kann man das trinken? Das Wasser sieht doch irgendwie voll schön aus. Ah, kannst es aber nicht trinken. Verstehe ich eigentlich gar nicht, weil das sieht total frisch aus. Ja, ne? So schön hell. Warum ist denn hier ein Grab? Was? Wo? Ach, mit Kassetten und so. Ja, geil. Und Bilder. Oh, geil. Lol. Ich kann das Bild einfach nicht sehen, weil ich Death of Field anhabe. Geil. Kann die Kassette nicht. Das ist ja richtig toll. Das haben die sich wirklich gut gedacht. Kassette K... Danke. Hoppla, ich wollte eigentlich diesen Stock da kaputt machen. Also, ich konnte es mir angucken. Ja, bei mir war es halt unscharf. Okay. Wollen wir nicht lieber hier uns einnisten? Hier ist doch viel schöner. Finde ich eigentlich auch. Das Ding ist nur, dann brauchen wir erstmal Rehe. Richtig blau. Ja, ja. Ja, ne? Voll geil. Also, unrealistisch blau. Warte, ich mach das. Steini, das war jetzt nicht dein Ernst. Oder? Warte, 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 warte. Egal, ich hab ein Meichernchen. Wir brauchen kein Reh mehr. Boah, ich kann einfach nicht schießen, ja? Oh. Ja, damit. Dann lass mich mal kurz das Dreckvieh fangen. Warte, ich zeig dir, wie man das macht. Mann, wie baue ich mir einen Bogen denn? Warte, guck mal, so macht man das. Warte, warte doch mal. Hör mal auf, hör mal auf, ich erleg's doch. Ach, das ist ein Hase. Ja, aber jeder von uns braucht eins. Ja, aber ich mein ja nur, du kannst ja nicht schießen. Da mehrere, weil du brauchst ja irgendwie warme Kleidung, weißt du? Die sind voll die, voll die... Ich will immer Tab drücken. Das tut mir echt leid, aber die letzte Aufnahme ist schon wieder eine Woche her. Wo ist denn das? Die sind voll die geilen Klippen und so. Also, was heißt das? Geil, das so aussieht. Leute, guckt euch das mal an. Oh, ja, damn. Das heißt, jetzt hab ich mir einfach so einen brennenden Stock gemacht. Daniel. Ach so. Voll geil hier. Hier unten, in dem Loch könnte man gut wohnen. Genau hier, wo ich jetzt gerade bin. Was? Es ist der Oster. Oh mein Gott. Äh. Scheiße, wir sollen vielleicht doch nochmal zurückgehen. Uns erstmal wärme anziehen. Kann man die Pfeile wieder aufnehmen? Ja. Nee, danke für den Pfeil. Habt ihr gehört? Hab ich jetzt gerade dein Gammelfleisch aufgenommen? Ja. Habt ihr das gehört? Sollte? Nö, glaub ich nicht. Nö. Wir sollten nochmal zurückgehen. Warum? Erst warme Kleidung herstellen. Weil ich möchte nicht unbedingt erfrieren. Machen wir nicht. Wir können ja auch ein Feuer einfach machen. Lass jetzt mal hier die... Kann man hier überhaupt hochklettern? Nö. Nö. Oder? Nö. Man kann nicht diese Felswände hier hochklettern. Oh mein Gott. Ja. Also die Kletterachs, die hat's drauf. Man kann hier nicht hochklettern. Aber hier hätte man hochklettern können, glaub ich. Was bringt uns diese Kletterachs, wenn wir diese scheiß Klippen hier nicht hochklettern können? Das muss doch gehen. Ist schon geil. In dem Moment kommen wir ja auch noch so hoch. Ah, die Kletterachs, richtig den Sinn, ey. Wohl irgendwie, muss ich sagen, sieht der Berg aus, als... Sieht der irgendwie nicht aus, als wäre der zum Hochklettern oder zum... Irgendwie da draufgehen. Nein. Ach, die scheiße Wand kann man hier hochklettern. Ja, geil. Boah, Speed Climbing. Der Wind ist mir zu leise. Okay. Also dieses Pfeifen, das müsste viel lauter sein. Winzraud, wo bist du eigentlich? Ja, ich bin noch... Wie das aussieht von hier unten. Wahrscheinlich total beschissen. Hier geht's nicht weiter, ne? Hier kommt man einfach nicht weiter hoch. Oh, Mann. Ey, oh mein Gott. Ich wette, wir fallen hier gleich runter, ey. Ich hing gerade in der Luft. Aber wir schmieren hier gleich so ab, ey. Ich sag's dir. Ah, und logisch ist das ja schon so ein bisschen. Ey, guck, guck nicht nach unten, Alter. Alter. Oh Gott. Alter, die haben mich schon jetzt eingeholt. Was macht die denn? Ja, hier kommt man nicht weiter. Ne, irgendwie nicht. Und dann verstehe ich den Sinn des Kletterns hier. Also hier hoch nicht. Bist du ja, du kommst nämlich nicht weiter. Dann bleibt nur noch der Abstieg. Und in die andere Richtung? Wie seid ihr immer noch da oben? Ich will da hoch. Ja, ich auch. Achso, mit E kann man wieder loslassen. Alles klar. Ich hab versucht, grad mal loszulassen und dann da irgendwie hochzuklettern, aber... Ja, das mach ich auch gerade. Ja, 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 nö. Warum geht die Scheiße denn nicht? Einfach mal woanders probieren. Was? Ich komm mir noch nicht mal... Oh, the area ist aber noch nicht sehr frei. Warte, ich geh... Guck mal, Leute, wie krass ich bin. Also ich glaube, man soll noch nicht zum Berg hin. Seht ihr mich? Ne. Ich nicht? Ich nicht? Also ich? Moment. Muss man loslassen? Ja, wo bist denn du? Man sieht dich auf jeden Fall nicht, ne? Ich geh jetzt richtig schnell runter. Einfach loslassen. Wie das einfach ausgesehen hat. Hi. Hä? Plupp. Hey, guck mal, mein Scraut, siehst du mich? Plupp. Was? Okay. Komplett bugfrei. Gar kein Problem. Ja, na klar. Hör mal. Geil. Warte, hier stand gerade E. Ah, guck mal. Hier kommt die Axt ja richtig zum Einsatz. Ja. Kann man hier wenigstens? Nö. Hier einfach eine Alpha-Wand ist. Natürlich. Natürlich ist hier eine Alpha-Wand. Ja, na klar. Ah, geil. Deswegen wollen wir trotzdem umziehen und hier oben wohnen. Oh man, das heißt wieder 30 Folgen Baumstämme kloppen. Natürlich ist genau hier eine Alpha-Wand. Klar. Warum nicht? Ja gut, dann haben wir das Phänomen ja schon mal gelöst. Das sieht ja auch sehr gelungen aus hier. Meti, guckt ihr mal diesen Übergang an. Wow. Ey, hier drunter. Kann ich hier mit... Was? Leute, man, ich stand gerade irgendwas mit E. Natürlich kann ich hier hochklettern, ne? Lol. Ja, geil. Warum man hier auch gar nicht hochlaufen kann. Obwohl, hier kann man bestimmt nicht hochlaufen. Lol, hier kann man einfach weiterklettern. Hier ist zwar eigentlich eine Alpha-Wand, habe ich gedacht, aber gut, kein Ding. Ich sehe schon, wir kriegen das Spiel heute noch kaputt. Ne, ne. Dann gibt's ein neues Projekt, gar kein Problem. Kein Ding, Leute. Hey, wir kommen so schnell hier hoch. Ja, hier ist eine Alpha-Wand. Aber ich bin auf dem Berg drauf. Wow. Hey, Mann. Einfach nur wow, was ist los hier? Es ist so räudig. Alter. Alter. Hier oben möchte ich wohnen. Aber hier sind nicht mal Bäume. Macht ja nichts. Wow, alter. Ich glaube, ich muss mal was essen oder so. Mach dir mal ein Feuer. Wow. Sorry, aber wow. Einfach wow. Natürlich ist die die Alpha-Wand. Natürlich. Oh. Oh, natürlich. Das ist so eine Furt, ne. Warum sehe ich hier andauernd dieses E-Symbol, wenn ich hier gar nicht hochklettern kann? Hier gibt es nicht mal was zum Hochklettern. Stimmt. Was wird noch? Leute, fragt nicht. Fragt nicht, Leute. Was ich hier mache. Fragt einfach nicht. Was ist denn der überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich laufe hier den Berg irgendwie rum. Ja, aber auf welcher Seite? Ach, da hinten. Aber hier ist ja überall eine scheiß Alpha-Wand. Ich weiß gar nicht, was du dich da aufregst. Oh, oh. Guck doch mal, Leute. Aber nein. Ich laufe hier gegen eine Alpha-Wand. Da könnte man so schön hoch. Der Mecheln ist krass. Müsste noch fehlen, dass die Alpha-Wand erst ab 2 Meter weiter vorne aufhört und nicht in den Schlitz fallen und nicht wieder rauskommt. Darf man dir das gönnen? Na klar. Ja, guck. So, hier möchte ich wohnen. Für immer. Ihr seht mich zwar nicht, aber hier möchte ich wohnen. Oh ja, wunderschön. Wunderschön. Was? Was? War ich hier, ne? Hey, Leute. Ohne Witz, ne? Ja. Das war jetzt mal eine sehr große Enttäuschung. Oh, zum Kotzen. Wo geht's denn jetzt hin? Ich hab keinen Bock, da jetzt rüber zu laufen. Wenn wir gleich wieder umdrehen. Ich glaube, da geht's noch nirgendwo hin. Ich glaube, da geht's noch nirgendwo hin. Ah, ich laufe hier hinten nur lange auf, in der Hoffnung, dass es hier irgendwas Interessantes gibt. Nee, das ist der Spiel hat einfach mega Potenzial. Okay. Okay. Spiel kein Ding. Hier gibt's natürlich gar nirgendwo hin. Gar nirgendwo, da gibt's hier. Nein, nein! Bitte! Wow! Dachkatsch! Oh, wow! Die Geistersteine! Ui, wo sind die hin? Also hier hinten ist ja echt gar nichts. Ja, glaub es mir, es ist so viel Potenzial noch da und das Spiel ist ja auch noch nicht fertig. Also auf dich zu beschweren. Habe ich gerade Medizin gefressen? Für gar nichts. Ach man, das ist einfach so enttäuschend gerade. Was ist das denn? Was ist das denn? Nein, da! Das sieht aus wie ein zerbrochenes Schiff oder eine Hütte oder oh Gott, da kommen schon wieder unsere Kollegen. Leute, wie der gesprungen ist. Ich glaube, wir sollten nicht die Kletteraxe nehmen, weil die so schwach ist. Hä, wo seid ihr denn jetzt? Äh, oh oh. Äh, oh oh. Kann sein. Man kann auf jeden Fall hoch. Ich fahr mal da rein. Hier sind auch ganz viele Koffer. Hä? Das sind Hütten. Ja. Ja, geil. Hä, was für geile Hütten. Und hier hinten wird mal wieder ausgeschissen. Sehr schön umschrieben. Danke dafür. Hä, warum sind hier solche Rutschen? Gute Frage. Oh, ich hatte gerade einen geilen Leck. Warum liegen hier überall tote Haie? Fragen über Fragen. Klingt schon wieder, als ob wir Babys wären oder so. Hier sind ja auch irgendwo Babys. Hä? Hä? Aber wo? Das kann eigentlich nicht sein. Es hört sich einfach an, als wären die hier hinter der... Vielleicht ist sie irgendwo in der Höhle? Die springen da vom Berg runter. Guck mal, hier ist sogar eins. Was? Oh Gott. Ich bin fast tot wegen dem Ding. Ach du Scheiße. Da ist schon wieder ein Muschiglaus. Hä? Die kommen da irgendwo aus dem Berg raus. Ja, die werden hier aus dem Berg herausgedrückt. Die werden da aus dem Berg rausgeschissen. Komplett bugfrei. Gar kein Problem. Hier sind überall Babys, die aus Wänden rauskommen. Da ist ein Muschiglaus, der aus der Wand rauskommt. Geil. Ist der schneller geworden? Ein Ding. Seit wann hat der denn... Seit wann hat der denn so Partikeleffekte? Okay. Oder brennt der gerade? Okay, okay, okay. Okay. Ein Ding. Das muss ja alles vertreten. Ach, diese Babys. Was ist da, Leute? Ein Ding. Oder dieses Geräusch von denen. Alter, bin ich ja ein Meisterschütze Habt ihr das gesehen, ey, scheiße Boah, was? Ich hab das wieder getroffen Und ich sag noch, ich bin Meisterschütze Schade, dass man die kleinen Babys nicht werfen kann Was? Ja, das ist auch ein Leben Das Gefühl kenn ich Denkt mir auch immer, jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Kinderwagen auf der Straße drehe Warum kann ich das Baby nicht werfen? Kannst du das Baby doch werfen? Nee Hier möchte ich auch gerne mal wissen, was das jetzt sein soll Danke für diese Tote Ich wollte gerade sagen, danke für diese tote Leiche, aber Na ja, wieder Ich würde gerne wissen, was hinter dieser Wand ist Wo die Babys rauskamen und der Muschi Klaus Hier muss ja irgendwo deine Höhle sein Wird die nicht auf der Karte eingezeichnet? Oh, es wird schlagartig dunkel Ja, weil das Spiel so bugfrei ist momentan Wisst ihr eigentlich, wie lang die Folgekarte schon geht? Keine Ahnung Also bei mir steht 48 Minuten, aber ich hab ja auch schon 16 Minuten lang Feuer aufgenommen Ich würde sagen 35 Nimmst du auch auf, oder was? Nee, aber 35 würde ich sagen Nee, ich mach nur Testlauf Achso, gar Mit was nimmst du auf? Weißt du Bescheid? OBS OBS, ah ja Cooler Typ Ich bin der Einzige, der das nicht benutzen kann Weil es bei mir dann auch alles auf einer Festplatte wäre und nicht funktionieren würde Weil OBS Wenn das auf derselben Festplatte ist wie das Spiel, was du damit aufnimmst Dann geht das einfach nicht Ja, ich spring vorbei Ja, wenn wir schon bei 35 Minuten sind, dann würde ich sagen, Alter, verpisst euch